Nun, meine lieben Freunde, manchmal vergessen wir, warum der Herr Jesus seine Jünger berufen hat. Warum hat er sie gerufen? Wenn der Herr Petrus berief, sagte er ihm, Markus Kapitel 1, Vers 17, Kommet mir nach, und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Er sagte nicht zu Dollarfischern. Er sagte, Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Ich werde euch zu Menschen machen, die die Menschen in ihrer Umgebung verändern. Das vergessen wir. Und wir vergessen das Ziel, für das Jesus uns ruft, für das Jesus uns ruft, dass wir seine Jünger sein sollen, wenn sie Markus 3 aufschlagen. Der Jesus Christus hat zwölf erwählt. Und er setzte zwölf ein, dass sie bei ihm sein sollten, und dass er sie aussendete zu predigen. Diese beiden Dinge passieren heute nicht, dass sie bei ihm sein sollten. Unsere Gedanken sind so voll mit allen möglichen Sorgen, die Arbeitslosigkeit heute, der Zusammenbruch beim Geld, gesundheitliche Probleme und immer so viele andere Faktoren, die gegen uns stehen, sodass wir vergessen, dass diese Zeiten, die wir mit Jesus haben sollten, dass sie wesentlich sind, dass sie bei ihm sein sollten. Die Welt ist immer bei uns. Und natürlich, wenn man Student ist, hat man seine Bücher und man macht sich Sorgen, dass man ins Hintertreffen gerät mit den Forschungen, weil ich nicht so besonders schlau war wie manche von Ihnen. Und ich wusste, dass die Prüfung kommt, der Test kommt. Und natürlich muss man manche Termine einhalten. Aber im geistlichen Leben sehe ich nicht viele solche Anliegen. Was sind die Termine, die Sie halten, das Leben vergeht und es vergeht sehr schnell, will ich Ihnen sagen. Ich bin hier vielleicht der Älteste und was habe ich gesehen? Die Jahre vergingen so schnell ich schien immer zurückzubleiben. Heute stelle ich fest, dass ich noch viel mehr lernen muss und ich muss sehr demütig sein. Wenn man demütig ist, dann lernt man. Das ist sehr einfach. Wenn man demütig ist, lernt man. Wenn man nicht demütig ist, lernt man nicht. Ganz einfach. Stolze Leute lernen nie ihre Lektionen. Sie machen immer wieder das Gleiche. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ich habe es heute dringend nötig von Jesus zu lernen. und ich will mir die Zeit mit Jesus nicht rauben lassen. Sehen Sie, heute haben wir so viele Dinge. Der Trockner, man muss den Trockner leeren, sonst werden die Kleider verknittert. Man muss rennen, wenn das Telefon klingelt und laufend dieser Ärger. Wenn einer nichts zu tun hat, dann ruft er sie an auf dem Handy. Ich frage die Leute gerne, wie viel Geld geben sie aus? Für das Handy. Sie konnten bis vor kurzem ohne das auskommen, aber wie viel geben sie jetzt dafür aus, wo sie eins haben? Die Leute geben so viel Geld aus für das Handy und die Hälfte davon nur für Geschwätz, eine Zeitvergeudung. Ich habe eine gute Ausrede, dass ich kein Handy habe, weil ich einen Herzschrittmacher habe, und da wünsche ich nicht diese zusätzliche Strahlenbelastung. Deshalb nehme ich keins. Aber ich will auf den Herrn hören. Ich will zu seinen Füßen sitzen. Zu seinen Füßen vergeht die Zeit so schnell. So er wählte seine Jünger, dass sie bei ihm sein sollten und dass er sie aussenden könnte. All right. Denken Sie an unsere Familiengeschichte. Wie viele fühlten sich berufen, zu dienen? All right. Run of the mill. Ich sage oft, die meisten Inder sind nur gut genug als Angestellte auf dieser Ebene. Angestellte tun, was man ihnen sagt. Sie sind keine Innovatoren, keine Erfinder. Sie schaffen keine Arbeitsplätze. Sie sind eben mittelmäßig. Aber sehen Sie, Gottes Kinder sind kreativ. Wenn man zu den Füßen von Jesus sitzt, dann wird man kreativ. Man bekommt Gedanken und Ideen. Heute Morgen sollte mich Bridget abholen, aber das Auto wollte nicht anspringen oder es hat gestottert. Jedes Auto braucht einen guten Anlasser und natürlich die Zündung und so weiter. Michael Faraday mit seiner elektromagnetischen Erfindung des Generators gab uns diesen Start-Starter-Mechanismus. Und Michael Faraday war ein sehr demütiger Jünger. Er hatte einen großen... Er hatte Charakter, als der Fürst von Wales ihn beglückwünschen wollte auf einer öffentlichen Versammlung, da verschlich er sich vom Podium und sagte, jetzt ist Zeit für meine Gebetsversammlung. Ich sollte jetzt bei der Gebetsversammlung sein, als der Fürst von Wales ihn ehren wollte und ihn beglückwünschen wollte, da hatte er die Kraft, solche Charakterstärke. Wenn wir unsere Generationen anschauen, wie viele Missionare sind daraus hervorgekommen? Wie viele Menschen, die sich der Aufgabe geweiht haben, anderen zu helfen? Jesus erwählte sie, um sie auszusenden. Wofür? Wofür? Mark 3, 15 Vers 15 Markus 3, 15 Und dass sie Vollmacht hätten, die bösen Geister auszutreiben, Vor vielen Jahren, als ich nach Nepal reiste, stellte ich fest, dass dort Ärzte dringend gebraucht wurden. Damals gab es in Nepal keine Straßen, Man hielt das Rad für eine sehr sündige Sache. Man sollte also keine Räder verwenden. Deshalb brauchte man auch keine Straßen. Die Straßen oder Pfade waren sehr primitiv. Sehr gut. Jetzt haben sich die Dinge ein bisschen geändert. Ich sagte, als ich einen Arzt dorthin schickte, und ich stellte fest, dass unser Arzt und sein Gefährte der Lage nicht wirklich gewachsen waren. Warum? Viele Babys starben auf unerklärliche Weise. Dämonische Mächte haben die Babys plötzlich weggenommen. Und diese dämonischen Mächte müssen ausgetrieben werden, im Namen Jesus. Aber es gab keine Leute, die das tun konnten. Ich weiß nicht. Bei diesem Land, das immer noch voller Tieropfer ist, wo es alle möglichen Götter und Göttinnen gibt, ist wie viel Leid es dort noch gibt, das weiß ich nicht. Es gibt jetzt dort die Maoisten, und Dinge sind nicht sehr favorabel in gewissen Bereichen, ist die Lage nicht sehr günstig, aber einige unserer Mitarbeiter, einige unserer Männer, haben sich dem Dienst geweiht und sind dort, obwohl die eingeborenen Nepalis Außenstehende nicht mögen. Sie wollen nicht, dass Außenstehende hereinkommen. Die bringen sie gerne um oder vertreiben sie, so wie in Kaschmir. Aber doch arbeiten wir noch dort unter den Kranken und den Bedürftigen. Also, Freunde, wenn Jesus sie ausgerichtet hat, er ihnen die Kraft zu die Krankheiten und die die als Jesus sie aussandte, gab er ihnen Vollmacht, Krankheiten zu heilen und Dämonen auszutreiben. In diesem Land gibt es viele dämonische Mächte. In fact, jemand rief mich an und sagte, hier ist ein junger Mann der wird bedrückt von allen möglichen finsteren Mächten, aber ich fürchte mich, ihn zur Rüstzeit zu fahren, denn wenn er ausrastet auf der Fahrt dann weiß ich nicht, was ich tun soll. Meine lieben Freunde, ich erinnere mich einmal in Südamerika, da saß ich in einer Versammlung und plötzlich sprang ein Mann auf und ergriff den Hals des Pastors und hat angefangen, die Krawatte festzuziehen, um ihn zu ersticken und er hat ihn wie ein Schraubstock festgehalten. Und natürlich nach Gebet hat er sich beruhigt und der Pastor wollte ihn dann heimfahren und ich glaube, ich war im gleichen Auto. ein Mann, der Mordgedanken hatte, diese Furchtlosigkeit, wenn man mit diesen dämonischen Mächten kämpft, die kommt, wenn man mit dem Herrn lebt. Die Leute sagen mir, dass der Unterricht gestört wird. Plötzlich bekommt jemand einen Anfall und so ist der Unterricht gestört. Niemand kann gewisse Kinder unter Kontrolle halten. Die sind unkontrollierbar. Die sind unkontrollierbar. Auch die Polizei kann sie nicht unter Kontrolle bringen. Sehen Sie, wenn Sie Jesus nicht haben, wenn das Blut Jesu nicht verkündigt wird, das für die Rettung der Menschen vergossen wurde, dann wird es Störungen geben, im Unterricht und auch sonst überall. Sie können sich vorstellen, wenn der Mann, der den Fahrer vom Fernbus plötzlich einen Anfall bekommt. Was passiert dann mit den Passagieren? Es gibt diese epileptischen Anfälle, die medizinischen Fälle und dann gibt es die nichtmedizinischen Fälle. Die nichtmedizinischen Fälle, mit denen muss man sich beschäftigen, im Namen Jesu und die Mächte der Finsternis müssen vertrieben werden. Hat Jesus nicht gewusst, was er tut? Wozu wollte er seine Jünger? Dass sie halt glücklich sind, dass sie seid schön, still und seid freundlich und brav? Nein. Er sagte, wenn ihr bei mir seid, werde ich euch vorbereiten und euch aussenden. Sie wissen, dass in der Geschichte viele unserer Familien das nicht so war. Der Geist des Dienens und der Geist der Opferbereitschaft war nicht da. Ob sie das für als gute Note oder als schlechte Note verbuchen, wie würden sie das verbuchen? ich würde es als schlechte Note verbuchen, als ein Versagen. Warum? Das war das Ziel von Jesus. Und warum sollte es heute nicht erfüllt werden, wenn so viel Not herrscht und so viel Unwissenheit von Gottes Wort herrscht und wo die Leute leiden. Nun, meine Lieben, wenn ihr den vierten Kapitel seht, natürlich, einige von Ihnen haben das immer wieder gehört, Markus 4, Vers 15, der Same, der auf den Weg fiel, das aber sind die auf dem Wege, wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Diese Mächte der Finsternis müssen mit Gebet gebunden werden und ich denke, dass wir das nicht tun. Unser Gebet entspricht nicht der heutigen Not. Diese Mächte der Finsternis müssen gebunden werden, sonst wird das Wort Gottes fortgespült, der Satan kommt sofort und nimmt das Wort weg. Das Wort Gottes ist der Same und wenn der Same weggenommen wird, wird es auch keine Ernte geben. Wie traurig. Es gibt die Säzeit und die Erntezeit und ohne die Säzeit gibt es nie eine Erntezeit. Wir machen eine gefährliche Zeit durch, wo wir den Stab des Glaubens an jüngere Leute, an Teenager und Twins weitergeben müssen. wir müssen Menschen opferbereite Menschen hervorbringen, Menschen, die sich nicht besonders bemühen wollen, so wie Jesus es gerne wollte. die sitzen halt auf der Galerie, die sind Zuschauer. Wie lange dauert das Spiel? Ich hätte gespielt, bis ich hundemüde war, hätte ich so lange gespielt, aber das Spiel musste zu einem Schluss kommen. Wenn das Spiel dann vorbei war, dann geht man müde nach Hause ausgelaugt. Das ist ein Spiel. Das ist jetzt vorbei. Aber das Leben ist nicht so. hier diese finsteren Mächte binden, damit das Wort wo das Wort Gottes nichts ausrichtet. Denken Sie an einen Mathematiker, der sagt, ich habe nicht zugehört, wie der Lehrer gelehrt hat, A plus B in Klammer im Quadrat. Ich konnte die Gleichung einfach nicht verstehen. Ich habe sie vergessen. Sie ist nicht mehr bei mir. Da werden Sie kein guter Mathematiker. Sie brauchen manche dieser Gleichungen, die muss man immer wieder aufrufen. Das ist einfach normal. Aber die geistliche Wahrheit scheint die Leute nicht in sich aufzunehmen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. diese Dinge sind sehr fremd und entfernt geworden. Für uns, wir scheinen sie nicht zu verstehen. Zum Beispiel, ein Geschäftsmann sagte mir in Delhi von nicht langer Zeit, ich sagte, schauen Sie, ich muss Rechenschaft ablegen gegenüber dem Finanzamt für dieses Geld. Ich muss dafür Rechenschaft geben. Ach, sagte er hier, hier in der Hauptstadt Delhi, da zahlen wir denen halt was, wir geben ihnen ein bisschen Geld, und dann ist der Beamte still. Dann wandte er sich um, dieser Geschäftsmann wandte sich um und sagte, schauen Sie sich das an, diese Leute sind so ehrlich, wo unsere Leute Geld einsammeln in Benares und an anderen Orten, da holen sie sich das Geld und sie legen nie Rechenschaft ab darüber. Hier war einer, der die obersten Geschäftsleute in der Stadt kannte, er sprach zu anderen in diesem Raum, Sehen Sie, wie kann man so eine Situation zurechtbringen? Indem man Gottes Wort gibt, das Wort Gottes predigt. Wir versuchen, über viele Kabelsender das Wort Gottes zu verkündigen, als ich vor kurzem im Punch-Up war, kamen sie mit einem Fall nicht zurecht. Sie sagten, diese Frau die Gerät außer Kontrolle. Wenn man anfängt zu predigen, wird sie so unruhig, sie geht raus und sie rollt sich dann auf dem Rasen und kann sie nicht festhalten. schließlich musste ich beten für diese Frau. Sie war die Frau eines Polizisten und der Herr hat sie geheilt. und als der Herr sie geheilt hatte, brachte sie auch ihren Mann. und jetzt ist mir berichtet worden, dass die Polizei in dieser Stadt sich verwundert hat, wie geordnet es zugeht bei unseren Versammlungen. Die waren gewöhnt an Leute, die einfach herumlaufen und ich weiß nicht, was für Probleme die gemacht haben bei manchen dieser Versammlungen, die sie Melas nennen. alle möglichen Kopfschmerzen für die Polizei. Wenn der Herr da ist, wie anders ist es dann? Seit 15 Jahren leide ich an diesen dämonischen Anfällen. Das sagte die Frau. Natürlich, sie ging nach Hause und hat alle Götzen aus dem Haus entfernt und mir wurde berichtet, dass sie jetzt frei ist von diesen Anfällen. Ich kann das nicht tun, das ist nur der Herr. Der Herr sagte seinen Jüngern, ich möchte euch aussenden, dass ihr Kranke heilt und Dämonen austreibt. Ich fand ein großes Verlangen nach Gottes Wort vor in dieser Gegend. Ein Professor sagte mir, vor einiger Zeit, vergessen Sie den Panjab nicht. das war ein Sieg. Sie wissen, ja, er wusste, dass das Wort Gottes die Antwort brachte. Nun, meine lieben Freunde, der Herr Jesus Christus spricht auch Vers 19 Die Sorgen der Welt und der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Wissen Sie, meine lieben Freunde, das ist eine Ungereimtheit, ein Widerspruch. Das Wort Gottes, das keine Frucht bringt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Wort Gottes versagt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber Jesus sagte, die Sorgen dieser Welt, der Betrug des Reichtums, wissen Sie, wie das funktioniert. Als junger Mann hatte ich dieses Problem, der Vater sagte, Junge, schick du uns das Geld, wir bauen ein Haus für dich an einem schönen Ort. Schick uns das Geld. Warum? Als ein Computermann hat er gut verdient hier schick uns das Geld. Ist das nicht Habgier? Ich werde mir das Geld meines Sohnes besorgen. Und es gibt manche Leute natürlich, die können dem nicht widerstehen. Papa, ich muss lernen, mit meinem Geld selber umzugehen. Ich muss lernen, mit meinem Geld umzugehen. und ich kann nicht erwarten, dass du mein Opfer Gott gibst. schick uns das Geld umzugehen. Sie sehen? Sie sehen? der Papa sagt, wir haben dir doch Geld gegeben, für deine Ausbildung. auch in der Familie geht es um das Geld. Und Jesus sagt, der Betrug des Reichtums und die Lust nach anderen Dingen kommen herein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Ja, solche Leute bringen nichts zustande, weil es immer nur ums Geld geht. Und wann wird ein Mensch zufrieden sein? Mit dem Geld? Natürlich nicht. Niemand wird zufrieden sein mit Geld. Geld bringt nicht Zufriedenheit. Nein. Die Bibel sagt, es erstickt den Samen. Der keimende Samen wird erstickt, getötet. Das missionarische Herz, wie kann das getötet werden? Ich habe nie geschaut auf einige sehr erfolgreiche Klassenkameraden, die haben Kriket und Hockey mit mir gespielt. Ich habe nie auf sie geschaut und gesagt, ach, ich verdiene nicht so viel Geld wie der. Ich werde nie so ein Haus haben wie er. Niemals. Ich habe nie daran gedacht, was ist das? Wenn er glücklich ist, soll er glücklich sein. Ich bin glücklich, wenn mein Freund glücklich ist. Ich bin ein Pilger. Sehen Sie, als die Pilgerväter in dieses Land kamen und dann kamen Wellen von Puritanern. Es gab einen wesentlichen Unterschied zwischen den Pilgervätern und den Puritanern. Pilgerväter waren daran verzweifelt, die englische Kirche zu verändern. Sie sagten, das geht nicht. Wir können diese Kirche nicht verändern. Wir werden dieses Land besser verlassen. In Holland gab es Religionsfreiheit, dann sind sie nach Holland gezogen, die Pilgerväter. Und in Holland da kamen die weltlichen Werte in ihre Kinder hinein und sie haben so ihre Kinder verloren. Dann sagten sie, wir verlassen Holland wieder. Wir fahren nach Amerika. So kamen die Pilgerväter nach Amerika. Aber diese Pilgergesinnung, dieser Pilgergeist, den gibt es nicht mehr. Als Verlänger und Pilger, die Bibel sagt, als Fremdlinge und Pilger, sagt die Bibel, wollen wir die Lüste des Fleisches ablegen. Das natürlich haben die nachfolgenden Generationen vergessen. Die Puritaner sagten, wir wollen die englische Kirche zurechtbringen, reformieren. Und König Jakob der Erste sagte dann, bis ihr euch unterwerft, werde ich euch zusetzen, euch verfolgen, bis ihr euch unterwerft. Dann sagten die Puritaner, keinesfalls, diese alte Kirche können wir nicht verändern. Wir gehen lieber. Schließlich haben sich die Puritaner und die Pilgerväter zusammengetan und alle Verfassungen, die daraus entstanden, waren gegründet darauf, dass man Gottes Furcht nachfolgt. Wir wollen in Freiheit Gott anbeten. Das war die Grundlage. Wir wollen dem Herrn Jesus folgen. Wir wollen, dass sich da keiner einmischt. Der Staat soll sich nicht einmischen. Also, Freunde, die Dornsträucher, ich fürchte, dass diese Dornsträucher auch in die Prediger und ihre Kinder kommen können, diese Dornsträucher, die das Wort ersticken. Wir wollen beten. Liebender Vater, wir sind heute zu einem Zeitpunkt in der Geschichte, wenn große Länder den Halt verloren haben, sie haben ihr Ruder verloren, ihren Anker verloren, in ihrem Maschinenraum ist es still, sie werden umhergetrieben von Ebbe und Flut. Zu einem solchen Zeitpunkt herrscht herrscht immer noch der Missionsruf. Ich möchte, dass ihr von mir lernt, ich möchte, dass ihr bei mir seid, damit ich euch aussende, die Kranken zu heilen, eine kranke Gesinnung zu heilen. Wir sehen, wie eine kranke Gesinnung die Menschen schwach macht, überall seltsame Krankheiten und eine Zunahme bei diesen seltsamen Krankheiten zu diesem Zeitpunkt ist dein Ruf der gleiche, dass ich euch aussende, die Kranken zu heilen und Teufel auszutreiben. Herr, unser Gott, wie wenig tun wir, erbarme dich über uns, wenn wir jetzt nach Malaysia, nach Indonesien, nach Burma vordringen, nach Arunachal und diese Orte, die heute so zerrissen sind durch die terroristischen Aktivitäten, wo kein Unterricht mehr stattfindet. Die Bildung in diesem Staat Manipur geht nicht voran wegen den Aufständischen und ihren Bedrohungen und der Staat hat nicht den Mut oder den Charakter die Menschen zu retten. Herr unser Gott, zu einem Zeitpunkt, wo die Menschen leiden, im Sudan eine Ungerechtigkeit nach der anderen, in verschiedenen Teilen von Afrika herrscht Gesetzlosigkeit, Gesetzlosigkeit auf unseren Straßen, in den Stadtzentren. Oh, mein Vater, zu einem solchen Zeitpunkt, da darf der Samen nicht erstickt werden, es muss eine Ernte geben. Wenn Petrus und Paulus und Jakobus und Johannes bewegt wurden durch deinen Ruf und deinem Ruf gehorsam waren, da hilf uns, dass wir unsere Berufung nicht verlieren, Vater, wo du dein eigenes Blut vergossen hast für unsere Erlösung, warum haben unsere Familie nicht den missionarischen Geist hervorgebracht. Es geht immer nur um das Geld, das Feilschen, um das Geld, das Jonglieren mit dem Geld. Oh, mein Vater, wir bitten dich, dass dein Licht wieder leuchtet über dieses Land, wo der Pilgergeist verloren gegangen ist und alle Reinheit verloren gegangen ist. Oh, erbarme dich über alle Familien nach dem Erntedankfest, da weiß ich nicht, was es für Streitereien gegeben hat, was für Kummer, was für Scheidungen stattgefunden haben, aber erbarme dich über Amerika und schenke, dass wir alle die Berufe Gottes auf unsere Seelen haben. die Berufung Gottes erfahren, dass wir erlöst sind, um andere zu erlösen, wir sind gerettet, um andere zu retten, wir sind geheilt, um andere zu heilen, wir sind geliebt mit einer ewigen Liebe, damit wir andere lieben. Oh, mein Vater, erbarme über uns, wir brauchen deine Neubelebung, heute, nicht morgen, Herr, heute brauchen wir deine Berührung, deine Reinigung, deine Heilung, höre unser Gebet. Wir danken dir, dass tausende Menschen in vielen Teilen dieser Welt für uns beten. Sie denken vielleicht, dass das eine große Rüstzeit ist, wo viele Menschen anwesend sind, aber wir können sehen, Herr, wie du mit zwölf Leuten angefangen hast, hier sind wir in deiner Gegenwart. Bitte nimm uns, Herr, lass es nie gesagt werden, dass wir uns verschworen haben, mit dem Teufel den Samen zu ersticken, den Samen zu töten, das Wort Gottes. Bitte lass dein Wort leben und die Weltlichkeit aufhören. Bitte, Herr, höre unser Gebet. Im heiligen Jesus' Namen. Amen.